So, Ehe, Piraten binden sich nicht, warum sich Freibeuten und Heiraten ausschließen? Ehe, Ärger, nichts als Ärger, der eingefleischte Junggeselle H.L. Heinrich Lennart. Eigentum, meins bleibt meins, auch wenn es sinkt und kracht, Schiffsbesetz. Eigentum, faires Verteilen, so vermeidet man Streitigkeiten um die Beute. Erbrecht, alles dem erstgeborenen Sohn, so machen sie ihr Testament. Entern, 101 tolle Entertricks, schneller, sicherer, spannender Entern. Ellipse, plattgemacht, ein Kreisgerät unter Druck. Eiscreme, beliebte Eissorten, Eisgrock, Schwarzblutbecher und Schädelsplit. Erste Hilfe, Sägeblatt und Heftpflaster, Vorschriften über Verbandskästen. Erste Hilfe, dran oder ab, wann soll man amputieren? Etymologie, Herkunft des Piratenslangs. Fahrgemeinschaft, Bootsharing, ein einfacher Weg der Kostenreduktion, schon damals ein großes Thema. Fische, das große Buch der Fische, vollständig illustriert, ein Standardwerk. Finanzamt, siehe imaginäre Zahlen, oh ja. Finanzen, 50 einfache Wege an Geld zu kommen, Startkapital erforderlich. Februar, 29, die schönsten Schaltjahre des 16. Jahrhunderts. Flaute, wenn kein Wind weht, alternative Antriebsmethoden. Folklore, Spießrutenlaufen und andere Bräuche und Traditionen. Fracht, auf eigenes Risiko, Transport von Sprengstoffen. Fracht, auf eigenes Risiko 2, Transport von Holzwürmern und Termiten. Und weiter geht's mit GH, oh man, jetzt facken sich bestimmt einige ab, dass ich alles vorlese. Geisterpirat LeChuck, wie ich LeChuck vernichtete, langweiliges von G.Sreepwood. G. Geisterpirat LeChuck, wann ich LeChuck vernichtete, anödendes von G.Sreepwood. Geisterpirat LeChuck, warum ich LeChuck vernichtete, unglaubwürdiges von G.Sreepwood. Genetik, die Herkunft des Wolpertingers. Geschichte, Vorsicht mit der Kanonenkugel, Untergang der gelesernen Armada. Geschäft, Angebote, die man nicht ausschlagen kann, von Captain Corleone. Geometrie, nützliche elliptische Hyperboloide. Gemüse, verschiedene Gemüse, die Kinder wirklich essen. Getränke, 99 Rachenputzer, die besten Grog-Rezepte zum selber mixen. Getränke, kein Bier auf Hawaii, kleiner Führer durch die Nationalgetränke von über 50 Inseln. Getränke, Fass über Bord, richtige Lagerung der Grog-Vorräte bei Unwetter. Grabraub, die schönsten Hinrichtungen von Grabräubern. Herzchirurgie, haltet das Schiff mal fest. Operation bei Windstärke 10. Heirat, siehe er. Grog, der pangalaktische Donnergorgler, exotisches Grog-Rezept. So, ich hoffe, das kennt der ein oder andere von euch aus einer gewissen Literatur. Und wer es nicht weiß, sollte sich einfach mal schämen. So, weiter geht's. Grog, ich war Blackbeards Leber. Die wahre Geschichte eines Grog-Abhängigen. Humor, blöde Witze für blöde Piraten. Englische Ausgabe von Noah Falstein. Humor, blöde Witze für blöde Piraten. Deutsche Ausgabe von Heinrich Lennart und Boris Schneider. Na, so ein Zufall. Humor, Galgen. Sie werden also exekutiert. Hundertwitzige Sprüche, bevor der Kopf fällt. Hunde, so bellt man richtig. Wörterbuch Hund, Deutsch, Deutsch, Hund. Und weiter geht's. Ach, Mann, das nimmt kein Ende. Iglus, Iglu bauen, leicht gemacht. Iglus, Wandschwund, offene Feuerstellen in Iglus. Imaginäre Zahlen, die neuen Steuergesetze. Heiterer Roman. Ikonen, handlich doch wertvoll. Plünderführer durch Russlands Kunstschätze. Kannibalismus, siehe Selbsthilfe. Käse, die großen Käse dieser Welt. Bis Zellenalpa. Auch mit dabei Handkäse. Joghurt, siehe Joghurt, was geht. Inseln, klein aber meint. Tipps für den Grundstückskauf. Karate, die Kunst des Knochenbrechens von Kung Fu. Ketchup, siehe Gemüse. Kleptomanie, Lebenslauf eines Kleptomanen. Aber das Buch wurde, glaube ich, gestohlen. Kiel holen, siehe Spiel und Spaß. Kochen, Dörrfleisch Surprise. Originelle Kreation für festliche Anlässe auf hoher See. Kochen, mit Holzbein und Salzwasser. Küchentipps für Schiffbrüchige. Knoten, Tabelle, Knoten, Stundenkilometer. Knoten, für immer und ewig. 20 Knoten, die wirklich halten. Der gordische zum Beispiel. Kochen, Rezepte für die Notration. Was man aus Zwieback alles zaubern kann. Kopieren, ab mit dem Kopf. 150 sinnvolle Strafen für Softwarepiraten. Tja, das hat wahrscheinlich Ubisoft geschrieben. Kopieren, der hungrige Hund. 98 Ausreden, wie das Kotrad verschwand. Dazu verweise ich nochmal auf die erste Folge von Monkey Island, wo die Kotabfrage sich befand und man das Kotrad benutzen musste. Und damit war nicht das Kackrad gemeint, wie bereits erwähnt. Kultur, verwahren oder einschmelzen. Was tun mit erbeuteten Kronjuwelen? Huch. Lex, siehe Basteln. Lexikon, Enzyklopädie der Seefahrt Band 1 bis Lapschaos. Lexikon, Enzyklopädie der Seefahrt Band 2 bis Zechpreller. Lifestyle, Entern ist immerhin. Woran erkennt man den Freibeuter von heute? Logbuch, Sterndatum 3724,3. Eintrag Captain Kirk. Logbuch, Logarithmentafel von 1 bis 5000. Magie, siehe Voodoo. Mathematik, Binome und Integrale. Angewandte Algebra. Militärtechnik, der Stealthsegler. Gründe, warum er nicht funktionieren wird. Medizin, siehe auch Chirurgie. Medizin, faszinierende Fakten über Scoreboot. Medizin, ungewöhnliche Muttermale. Wie man sie deutet, wie man sie los wird. Mode, gestreift, kariert, gepunktet. Progressives Design, der Totenkopf-Flagge. Monster, Rätseless Himalaya. Ist der Yeti ein dreiköpfiger Affe? Monster, zwei zu viel. Der dreiköpfige Affe. Fiktion oder nur Höhengespinst. Monster, unter der Koje. Gute Nachtgeschichten für unartige Piratenkinder. Musik, Triangel für Anfänger. 67 einfache Lektionen. Musik, Elvis lebt. Pure Zukunftsmusik. Musik, immer im Takt. Holzbein als Schlag- und Rhythmusinstrument. Musik, Cousaren-Karioke. 999 tolle Lieder zum Mitgrölen. Und weiter geht's. Nahrung, Ratten als proteinreiche Diät. Nahrung, verheiratet mit einem Harzer. Von Mickey Maus. Nahrung, siehe auch kochen. Narzissmus, ich bin egozentrischer Narzisst und fühle mich wohl dabei. Navigation, Backbord ist links. Merkfibel für Jungpiraten. Navigation, kühler Kopf zum Navigieren. Eine Broschüre, kommt uns vielleicht noch bekannt vor. Naturwissenschaft, was ist wirklich? Ist alles eigentlich nur eine Illusion? Ein Computerspiel womöglich? Hier erfahren Sie mehr. Naturwissenschaft, wie funktioniert das? Enterhaken, Steuerruder, Grog-Automat und vieles anderes. Nieren, wichtige Organe. Band 3, ein Aufklappbuch mit Niere, Milz und Galle. Numismatik, Münzen der Welt. Band 6, die Dublone. Nylon, wofür Piraten Nylon brauchen könnten, wenn es nur schon erfunden wäre. Obszönitäten, die wichtigsten Comicflüche im Überblick. Optimismus, das Licht am Ende des Tunnels. Oliven, der Feind auf meiner Pizza, Essays. Ökonomie, Zins und Zinseszins. Schätze vergraben oder gewinnbringend anlegen. Ökologie, das Waldsterben. Wie der Schiffsbau unsere Umwelt beeinträchtigt. Orang-Utan, unsere haarigen Verwandten. Organisation, Terminplanung. Raubzüge mit Kalender. Origami, wir falten einen Dreimaster. Papier falten für Fortgeschrittene. Origami, wie ging das nochmal? Landkarten richtig zusammenfalten. Wir sind bald durch. Pessimismus, der bodenlose Abgrund. Planung, Zielorganisation. Pursie, drei Segel im Wind. Sammlung von Piratenpursie dreier Jahrzehnte. Post, holst der Klappautermann. Private Kurierdienste im Vergleichstest. Quallen, unsere rückgratlosen Verwandten. Psychologie, das Bounty-Syndrom. Was tun, wenn die Mannschaft Kokos-Schoko-Riegel will? Psychologie, das Bounty-Symptom. Was tun, wenn die Mannschaft meutern will? Psychologie, ich bin okay, du bist okay. Plünderpsychologische Analysen für Führungskräfte. Quarantäne, wenn an Bord die Pest ausbricht. Quarantäne, bleibt mir vom Leib. So hält man Leute mit Masern, Mumps und Röteln fern. Quotenregelung, ei, ei, madame. Frauen im Management von Elaine Marley. Ratgeber, vergiss die Quittung nicht. 10.000 Steuertipps für Freiberufler und Beuter. Roman, die Kugel im Mosketenlauf. Lust, Leit, Action und Pro Seite zwei Leichen. Reisen, die Karibik für null Goldstücke am Tag. Als Pirat statt als Tourist. Reisen, wir lagen vor Madagaskar. Wichtige Schutzimpfungen für den Urlaub. Recht, wie würden Sie entscheiden? Kriegsgerichte in der Diskussion. Roman, der Säbel in der Tastatur. Finstermänner setzten einen Übersetzer unter Druck. Roman, wo die Fregatten finster dümpeln. Gruselgeschichten von Steven Klingen. Der Bruder von Elsie übrigens. Roman, schwüle Nächte vor Kap Horn. Sie war schön wie die Sünde und feurig wie ein steifer Grog. Roman, der Schlappschwanz. G.T. und ich von E.Mali. Hm. Und weiter geht's. Huch. Scab Island. Kleine Geschichte von Scab Island. Eine Einführung. Schätze, die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Schätze, siehe auch Big Whoop. Schiffswracks. Berühmte Untergänge. Handbuch für Schatzberger. Ein Standardwerk. Das nehmen wir mal mit. So, das merken wir uns mal. Seefahrt. Pfahlgrün im Gesicht. Hausmittel gegen Seekrankheit. Seefahrt. Verdammt, wo ist der Abfluss? Über die Gefahren des Duschens an Bord. Schule. Lehrbuch für Piraten. Band 9. Die Seeschlacht. Schule. Lehrbuch für Piraten. Band 4. Entern. Selbstbezug. Siehe Selbstbezug. Selbsthilfe. Wenn Piraten zu sehr lieben. Selbsthilfe. Ohne Menschenfleisch leben. Bekenntnisse eines Ex-Kannibalen. Spiel und Spaß. Was tun bei Flaute? Die kompletten Regeln für 100 Partyspiele inklusive Flaschendrehen. Solitär. Eine Million Wege, solitär zu spielen. Von Herman Toothrod. Sprache. Piratensprüche, die Eindruck machen. Sport. Doppelhaken-Otis. Boxkarriere eines zweifach Amputierten. Hoch-Otis war zweifach Amputiert? Das war doch der Knastbruder aus Monkey Island 1. Wieso ist denn der zweifach Amputiert? Hm. Spiel und Spaß. Man über Bord. Unterhaltsame Methoden. Die letzten Vorräte an Bord zu verteilen. Die sieben Todsünden. Stochastik. Na gut, es gibt einen Trick. Fortsetzung zu, wieso die Bank gewinnt. Stochastik. Wieso die Bank gewinnt. Fortsetzung von, sie können nur verlieren. Stochastik. Sie können nur verlieren, warum sich Glücksspiele nicht lohnen. Tabak. Rauchfrei genießen und andere Vorteile von Kautabak. Tätowierung. Warum Frauen darauf abfahren. Tätowierung. Entzündungs- und Narbenrisiken. Tätowierung. Erste Tätowierung für kleine Piraten. Ab 5 Jahre. Tapeten. Nicht in meinem Zimmer. Kreative Wandverkleidung in schrillen Farben. Tektonik. Erdbeben gefährdete Gebiete der Karibik. Von Brian Moriarty. Telefonbuch. Gelbe Seiten. Testament. Siehe erbrecht. Theater. Nicht nur Herzen und Fragezeichen. Schattenspiele für zweihakige Piraten. Tierschutz. Werkzeugersatz. Reportagen über den Einsatz von Affen im Maschinenbau. Toast. Weißbrot, Stollen und hundert andere Ausreden für labbrigen Zwieback. Truhen. Gut verwahrt. Marktübersicht für Schatztruhen. Tyrann. Karte und Buch auf Veranlassung des Gewernders entfernt. Überfall. Praktizierte Heimtücke. Austricksen von Berufskollegen. Übersetzung. Gilberts verdammte Wortspiele von Boris Schneider. Der offensichtlich auch Monkey Island 2 übersetzt hat, wie es aussieht. Zusammen mit Heinrich Lennert, glaube ich. Ungeschick. Schuldige. Fahrlässiger Umgang mit Hieb- und Stichwaffen. Unlust. Was Piraten keinen Spaß macht. Lästige Haushaltspflichten. Unterhaltung. Ruhe auf dem Set. Wir drehen. Von George Lucas. Urlaub, siehe, reisen. Urkunden. Kapitätspatent. Teuer kaufen oder lieber selber fälschen. Oder bei Ebay kaufen. Verfolgung. Beschatten, ohne gesehen zu werden. Verfolgung. Verfolger bemerken und abschütteln. Vergangenheit. So schön wird's nie wieder. Gedanken eines Schiffbrüchigen. Verhandlungen. Kein Rabatt. So setzt man Lösegeldforderungen durch. Verkaufstechnik. Der Andrea. Gebraucht Schiffhandel für Profis. Verkehr. Links vor rechts. Unfälle im Hafen vermeiden. Versand, siehe Post. Versicherung. Haftpflicht und Vollkasko. Eine Broschüre. Voodoo. Das Voodoo-Kochbuch. 101 grundlegende Voodoo-Rezepte. Ein Standardwerk. Vorgeschichte. The Sea of Monkey Island. Wie alles begann. Vulkaner. Heizkosten sparen. Tipps für den Grundstückkauf. Warten. Wann ist es denn so weit? Tausend nützliche Dinge, die man beim Schlangestehen tun kann. Warzenschweine. Das unentdeckte Haustier.